Hey Leute, ich bin Sven. Wir versuchen es heute im Brückenschuss. Vorne steht Nuri, der wird den Ball nachher schlagen. Das ist kein Problem. Die Jungs waren im Auto mit der zweiten Kamera. Hinten steht doch schon Roman bereit. Roman, bist du fertig? Na klar, das Ding raus. Pass mal auf, Freunde. Ja! Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Nehmen!